Hier wird es also stehen. Unser Haus. Wie lange haben wir schon davon geträumt, Marie und ich? Hoffentlich haben wir die richtigen Entscheidungen angetroffen. Vor allem was die Bauweise betrifft. Wertbeständig, energieeffizient und vor allem finanzierbar soll es sein. Aber das schaffen wir sicher. Ytong. Ich baue doch nicht von gestern.